Hi zusammen, herzlich willkommen hier auf dem Natur- und Technik-Kanal Amazing Nature Alpha. Ich stelle euch heute ein super geniales Licht vor von Iwata Tech, nämlich das Master S. Und warum ich hier vier Stück stehen habe und warum ich mich beim Auspacken hier totgelacht habe, das seht ihr in diesen Videos. Los geht's! Okay, ich erzähle euch nun erstmal die Geschichte, warum ich hier vier Lampen bekommen habe. Der Punkt ist der, so günstig sind die gar nicht. Ich glaube, die kosten so 110 Euro, 150 Euro, guckt mal unten in den Link rein. Aber sie sind trotzdem so, von der Qualität, also um das mal vorwegzunehmen, um euch nicht zu verschrecken, sind sie schon auf jeden Fall das Geld wert. Und sie gehören damit auch nicht mal zu den teuersten ihrer Art. Aber nochmal kurz zu der Geschichte, wie ich zu diesen Lampen gekommen bin. Ich suche ja derzeit Sponsoren für mein neues Studio, was ich dann im Juni beziehe. Und natürlich will ich mir die Lampen nicht selber kaufen. Und die Bedingung ist dann natürlich, dass ich nicht nur einfach das Produkt geschenkt bekomme, sondern dass ich das euch natürlich auch mal vorstelle. Und da nehme ich natürlich nur Produkte an, die auch für euch, aber am Ende auch für mich interessant sind, damit es natürlich zur Studioausstattung passt. Und ich habe Perky angeschrieben und gesagt, hey, ich bräuchte im Hintergrund noch eine größere RGB-Beleuchtung. Also ich möchte zum Beispiel mich vorne mit einer Softbox beleuchten und im Hintergrund möchte ich zwei farbige Stripes haben. Dann hat Perky zurückgeschrieben, ja, das ist alles schön und gut, aber sie haben momentan nur die kurzen von Iwata. Und dann habe ich den Preis gesehen und dachte mir, ja, schade, ist aber auch ein bisschen kurz das Teil. Und dann habe ich Perky zurückgeschrieben, ja, okay, wenn ihr vier Stück klar machen könnt, dann mache ich halt jeweils zwei übereinander, dann passt das auch wieder. Und dann hat Perky mit Iwata-Tag gesprochen und die haben tatsächlich zugestimmt und mir vier von diesen Lampen zugesendet. Okay, jetzt packen wir die Dinger mal aus und ich zeige euch dann, welches Highlight, was ja eigentlich mehr Spielerei wie Highlight ist, wo ich wirklich lachen musste und was ich echt super genial finde. Okay, jetzt schauen wir mal in die Packung rein und ich freue mich heute, euch das vorstellen zu können, weil ich bin auch wirklich überzeugt von dem Konzept und es ist wirklich eine feine Sache. Auf der Seite haben wir nur so ein Zubehörtütchen und jetzt haltet euch fest, in dem sich diese genialen Schrauben befinden. Diese Schrauben, da zahlt ihr allein auf Amazon 5 bis 20 Euro. Also wenn ihr die aus China kommen lasst, sind es 5 Euro. Wenn ihr eine richtige wollt, aus Deutschland kostet die 20 Euro. Das ist eine Edelstahlschraube. Und warum löst das bei mir so ein Freudengeschrei aus? Weil das genau diese Schraube ist, die ich euch immer empfehle, in Verbindung mit einem Edelstahlkarabiner. Schraubt die in euer Gewinde von der Kamera und ihr habt die safesteste Verbindung vom Kameragurt zu eurer Kamera. Mir ist es ja schon mal passiert bei so einem Sun-Sniper-Gurt, der diese Muffe nämlich nur aufgepresst hatte, dass das Ding mir fast abgegangen wäre. Und dann habt ihr da eine Kombination von 6.000 Euro rumbaumeln und dann fällt die euch einfach mal auf den Boden, weil die in China das einfach nur plastikmäßig zusammenpressen. Und seitdem habe ich diese Schraube in meiner Kamera drin mit einem Edelstahlkarabiner, weil Edelstahl auch hochfest ist. Und darin läuft einfach mein Nylongurt und fertig. Und dann habt ihr die perfekteste, festeste Verbindung zu eurer Kamera. Deswegen lösen diese Schrauben bei mir Freudentränen aus, denn ich brauche die ja für die Lampen gar nicht, sondern ich kann die dann eventuell für andere Zwecke nutzen. Okay, was ist hier noch dabei? Eine Gummi-Muffe für außenrum, ein Klettband und eine Magnetplatte. Holen wir die Lampe mal raus. Im Lieferumfang befindet sich neben der Anleitung auch ein Säckchen, ein schönes weiches Säckchen mit einem sehr schönen USB-Kabel, muss ich auch großes Lob aussprechen, ein schönes, stabiles, Nylon-ummanteltes USB-Kabel mit USB-C und dann hier eben noch sogar mit einem Adapter auf USB 2, wer eben den großen USB braucht. Okay, ziehen wir mal diese schöne Schutzfolie ab und dann zeige ich euch, was diese Lampen so drauf haben. Wir haben hier einen integrierten Akku mit 2200 mAh und das Schöne ist, wir haben eine Restdaueranzeige. Das finde ich echt genial, weil dann seht ihr halt sofort, wie lange mit der Helligkeit hält der Akku noch durch. Ihr könnt natürlich das Ganze auch an einem USB-Kabel hängen und wir haben ein Stativgewinde auf dieser Seite und ein Stativgewinde auf dieser Seite. Das ist natürlich wichtig, wenn ich die übereinander anordnen will. Ich habe mir übrigens jetzt die zwei hier reingeklemmt einfach und das ist auch das Schöne bei so einem kleinen RGB-Licht. Das habt ihr einfach im Kamerarucksack dabei, das würde ich euch auch immer empfehlen, auch für die Makrofotografie oder wenn ihr im Hintergrund einfach mal ein Effektlicht haben wollt oder so ein seitliches Effektlicht irgendwo haben wollt oder im Hintergrund oder wie auch immer. Also das Ding ist ja wirklich super leicht, das passt in jeden Rucksack und ich finde, sowas sollte jeder immer so ein bisschen dabei haben. Und ich habe das jetzt einfach hier oben reingeklemmt, weil sie halt einfach auch so schön zur Hand haben sind. Und da drüben habe ich mir einfach eine zweite reingeklemmt und habe die einfach auf Tageslicht gestellt, 5600 Kelvin. Und jetzt beleuchten die mich und machen mein Gesicht so ein bisschen weicher, damit ich, das sehe ich dann gleich zehn Jahre jünger aus. Also dann wäre ich jetzt nachgerechnet 25, ja. Was ich vorausschicken kann, jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, das stelle ich euch vielleicht mal wann anders noch vor, diese Lampen lassen sich auch völlig problemlos mit einer App verbinden. Ja, also da gibt es eine App dazu. Die läuft momentan aber nur auf iPhones und auf Android ist sie aber in der Mache und kommt demnächst. Ja, also da kriege ich nochmal eine separate E-Mail. Dann funktioniert die App auch per Android. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hasse das. Ich will eine Lampe einschalten. Ich will mich sofort auskennen. Ich will die hinstellen und es soll einfach funktionieren. Und ich will auf keinen Fall mit irgendeiner App rumspielen müssen, bevor ich das aufbaue. Manche stehen aber vielleicht drauf. Und deswegen hiermit die Ankündigung. Es gibt auch eine App auf dem Smartphone dazu. Also ihr könnt die auch fernsteuern sozusagen. Das kann natürlich schon Sinn machen, wenn ihr sagt, ich mache jetzt das Licht ferngesteuert grün oder rot oder was auch immer. So, was ich total lustig fand, wie ich das ausgepackt habe. Ich habe echt gedacht, ich breche zusammen, wie ich das gesehen habe. Wir haben hier ein Display. Und das Krasse ist, wie beim Smartphone, hat diese Lampe halt nicht wirklich einen Lagesensor verbaut. Das heißt, wenn ihr die so rumhaltet, dann flippt dieses Display auf gegenüber. Also es dreht sich, damit ihr es wieder lesen könnt. Ich habe gedacht, also sowas habe ich in einer Lampe noch nie gesehen, dass die da echt einen Lagesensor eingebaut haben. Und wenn ihr das umdreht, dann switcht das Display. Wie genial ist das? Also ein nettes Feature und funktioniert auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die Bedienung hat auf Anhieb auch funktioniert. Ich bin keiner, der Bedienungsanleitungen liest. Und das Schöne ist ja schon mal, ihr per se, ihr habt einen schönen, massiven Einschaltknopf. Kein Rumgefummel mit 5 Sekunden Knopf halten und beim Ausschalten wieder 10 Sekunden Knopf halten. Wie es zum Beispiel am Atomos Rekorder wahnsinnig nervig ist. Also ihr macht einfach den Switch an und hier kommt eine Hochfahrinformation. Und dann nach 2 Sekunden ist das Teil an. Dann habt ihr sofort hier mit Plus Minus, versteht ihr sofort, aha, hier kann ich die Intensität verändern. Also ich kann das dunkel machen und ich kann das wieder hell machen. Weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Wir haben hier momentan den HSI-Modus eingestellt. Und wenn ich jetzt Menü lang drücke, dann bin ich im Szenen-Modus. Also hier kann ich verschiedene Effekte abrufen, wie zum Beispiel Fire. Das kann ich übrigens auch in der Helligkeit natürlich wieder verstellen. Ich kann hier mit einmal kurzen Drücken auf M kann ich hier auf das Feuer gehen und kann jetzt ganz andere Effekte einblenden lassen. Zum Beispiel hier Gewitter blitzen. Ich kann Feuerwerks-Simulationen einblenden. Ich kann den obligatorischen Krankenwagen, den amerikanischen, einblenden. Ich habe ein RGB-Random-Licht drin. Ich habe einen Geburtstagseffekt. Ich habe einen Fotoblitz-Effekt und dann bin ich wieder beim Lagerfeuer angekommen. Und innerhalb dieser Effekte habt ihr nochmal verschiedene Presets. Das heißt, habt ihr Feuer ausgewählt, dann könnt ihr verschiedene Settings innerhalb dieses Menüs nochmal abrufen. Das heißt, wir haben hier zuerst mal das Candlelight, also Kerzenlicht. Und wenn ihr weitergeht, dann habt ihr Fireplace, also Preset 2. Dann habt ihr Bonfire und dann seid ihr wieder bei Candle. Also das heißt, ihr habt im Feuermenü nochmal drei weitere Optionen. Das ist wirklich schön gemacht. Also jetzt mal ohne Witz. Nicht, weil ich die gestellt bekommen habe, sondern ich habe die ausgepackt. Ich wusste ja auch nicht, was da auf mich zukommt. Ich habe die ausgepackt und habe nur noch gegrinst, weil sie so schön sind und weil sie wirklich so vielseitig sind und so einfach funktionieren. Und der Abschluss war natürlich dann, wie ich es umgedreht habe und das Display ist echt noch geflippt. Also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. So, jetzt wenn ich zum Beispiel auf dieses Polizeilicht gehe, auch hier kann ich wieder verschiedene Presets abrufen. Und dann sage ich halt einfach, ich will das zweite Preset. Dann bin ich bei Firetruck. Das gerade war Police Car. Jetzt bin ich bei Firetruck. Und das dritte ist Ambulanz. Das heißt, wir können auch nur blau blitzen. Das ist natürlich für Deutschland gefährlich. Nicht, dass ihr auf die Idee kommt, das auf das Autodach zu machen. Und jetzt für alle Notärzte und Polizisten, wenn ihr das dürft, das Teil könnt ihr auch aufs Autodach machen. Denn wir haben hier umlaufend einen magnetischen Ring auf jeder Seite. Das heißt, ihr könnt das an den Autolack pappen und könnt aber dann auch noch sagen, nein, ich will das in eine andere Richtung drehen. Ich will das nach da rasten oder nach da rasten. Das geht hier über diese Stoppschildform, die ihr hier oben seht. Das sind aber mehr wie Stoppschild. Stoppschild hat, glaube ich, sechs Kanten oder acht. Das müsst ihr jetzt nochmal nachschauen. Aber das sieht mehr aus wie Stoppschild. Also ihr könnt das halt rasten. Ihr sagt einmal Klack, hier diesen hier. Wir können aber auch sagen, wir machen hier Klack oder hier Klack oder hier Klack oder hier Klack. Also es ist egal, weil der Ring umlaufend magnetisch ist. Finde ich echt super gelöst. So, ich will das immer drehen, weil das Display auf dem Kopf steht. Dabei dreht sich das Display ja von selber. Also hier einfach innerhalb dieser Effekte verschiedene Presets und das finde ich schon sehr bemerkenswert. So, was gibt es noch für Modi? Es gibt den CCT-Modus. Das ist jetzt der klassische Film-Look-Tageslicht-Modus, den ihr dann auch noch Richtung Green oder Red leicht verschieben könnt und Richtung Gelb und Blau so ein bisschen. Also das ist nicht der RGB-Modus, bei dem wir alle knalligen Farben aktivieren können, wie beim HSI zum Beispiel, sondern es ist jetzt ein Tageslicht-Modus, wo wir halt sagen, Helligkeit, Weißabgleich und etwas Richtung Green oder Magenta, weil jede Kamera löst ja Grün und Rot ein bisschen anders auf. Und dann können wir hier mit der Lampe das einfach wieder gegenstellen. Wenn ihr dann wieder lang haltet, seid ihr wieder im HSI-Modus und dann habt ihr natürlich wieder jede erdenkliche Farbe zur Verfügung, die ihr in Helligkeit und in der Sättigung anpassen könnt. Mir hat es gefallen, euch diese schönen Lampen vorzustellen und ich freue mich besonders, wenn ich irgendwann endlich mal dieses Studio beziehen kann. Und dann stelle ich euch, gibt es natürlich auch nochmal einen Studio-Rundgang und da zeige ich euch all die Gegenstände, die ich gesponsert bekommen habe, aber wie es dann im Endeffekt auch fertig aussieht. Ich werde übrigens auch dieses ganze Studio-Equipment, mit dem ich dann zukünftig meine Filme erstelle in diesem Studio, also nicht alle, ich mache natürlich auch weiterhin Filme draußen, aber die Filme, die ich indoor mache, da werde ich dementsprechend dieses ganze Studio-Equipment, was ich da verwende, auch auf meiner Webseite unter dem Reiter Studio-Equipment verlinken. Da ist ja momentan das schöne Wort coming soon, also es kommt bald und ich würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt, wenn ihr mich weiterhin begleitet auf diesem Weg. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und macht es gut, bis zum nächsten Video mal wieder. Tschüss!